Oh, die Texturen laden noch, aber, ah, du bist ja hübsch. Ja, ne, du nicht so. Oder? Ne, ich seh aus wie ein Neandertaler. Okay, das sind drei Leute. Einer ist sehr dick. Der sieht ja geil aus. Der Dicke. Guck mal, wie dick der ist. Ich bin ja ein bisschen meine Deutschlehrerin. Lukas, guck mal hier. Guck mal hier, nimm der Katze. Die krummen Zähne. Florian, sei aber nicht so passiv-aggressiv. Wir müssen dringend von dieser Map runter. Ich finde tatsächlich, Schwippschwapp ist die beste Spezi. Weiß nicht, wie ihr das seht. Mezzomix, äh, Mezzomix ist Cola und Orangensaft. Das wissen viele auch nicht. Na, dann misch ich einfach Fanta und Cola, dann hab ich Mezzomix. Ja, das stimmt aber nicht. Ich hab bei Coca-Cola gearbeitet und ich weiß das. Kann es sein, dass wir konstant zu hören sind? Ich hoffe doch. Das wäre so geil. Weil er gerade gefragt hat, ob wir nur Deutsch sprechen und nicht Englisch. Das wusste ich nicht. Er hat mich die ganze Zeit... Da war ich ja auch richtig sneaky, als ich gesagt habe, ich schleiche mich mal in ihr Schiff ran. Und definitiv... Also ich meine, selbst ich sehe, dass hier alles falsch läuft. Oh, nein! Ich bin ins Wasser gefallen. Das musste ja zu irgendeinem Zeitpunkt mal passieren. Ich dann vorne... Ich wollte so ganz heroisch mit dem Schwert in den Wind schlagen, aber hab dann so ein Dash... so ein Dash gemacht und bin einfach vorne runter gehüpft. Warum vertraust du mir denn nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab nach einer Waffe gesucht. Ja, und warum, weil du uns umbringen willst? Er war rechts um die Ecke. Okay, das war wahrscheinlich Florian dann. Was? Warum denn immer ich? Ich hab ein bisschen Angst vor Florian, weil ich meine, es ist relativ safe, wer Traitor ist, ne? Oh, Mann, bitte jetzt irgendjemand sterben von euch, weil die Musik geht mir richtig auf den Sack. Ja, du kannst ja auch sterben im Zweifel. Oh, fuck. Aber es würde halt nichts reden. Scheiße. Ich bin hier... Ah! Nein, ich häng fest. Ich komm nicht mehr raus. Kann ich das Schiff klauen? Theoretisch ja. Und er machte auf dem Absatz kehrt. Ja, ich kann den Anker einholen. Ach, das Ding ist schon oben? Ja, ich fahr jetzt mit dem Schiff. Ja, wenn du Segel hisst und runter von dem Ding. Ich kann nicht... Die Welle ist zu hoch. Au, au, das ging direkt über meinen Kopf. Aber das müsste gesessen haben. Nee, müsste es nicht. Hat es nicht. Scheiße. Alter. Ist das vom Winkel so gut? Oh, warte, warte. Der trifft. Scheiße. Oh, fuck. Ich wurde vom Schiff geschossen. Nein. Danke für das nette Kommentar. Auf Nerd Factory bist du finde ich auch nicht so lustig. Oh, wo sind denn die Bretter? Ah, ich weiß ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, das sind die Zwerge. Ähm, 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 und nur Buddelfell rum. Ja, ich sitze ja auch nur hier und bin nackt, ne? Ich habe ja... Ich sehe, glaube ich, nicht wirklich bedrohlich aus. So nackter, kreaturierter Neandertaler. Ukulele Boy Bin ich nicht Laugenpaul? Laugenpaul Ist gut, wenn man sich selbst nicht hört, weil man die Kopfhörerscheiß aufhat Schau mal Dort ist Echt lustige Tüten Ah nein, es ist bloß Florian Krebskranke Kinder vergewaltigen Weil das Leben sie ohnehin fickt Perfekt bis zum letzten Tropfen Ich liebe den Geruch von Juden am Morgen Das ist nicht rassistisch, oder? Genau, das kommt drauf an, wonach sie riechen Wenn du jetzt sagst, die riechen irgendwie nach Wo da riechen? Nach ungesäuertem Brot Naja, verbrannt Verbrannt, oh Gott Das ist einfach dieser eine SS-Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg Nee, nee, nee In dem Sinne, wir sehen uns das nächste Mal Für die Leute, die jetzt auf YouTube dann das Best-Off gucken Hier ist irgendwo da, ne, könnt ihr klicken und seht andere Videos Wir sehen uns dann Folgt mir auf Twitch Gebt mir alle euer Geld Oder gebt mir all euer Geld, ist auch in Ordnung Es war mir eine helle Freude Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht Tschüss, ihr Arschgranaten Startet eine Petition, damit ich mein Kind Jin nennen kann Danke Ich unterschreibe Du kannst nicht mal schreiben Damit ist Schluss Drei Xe zählen auch als Unterschrift Haken Kreuzer Und tschau an den Streamen Auf Wiedersehen Tschüss Zum Ende in eskaliert wieder alles Bis zum Ende in eskalen